Hallo zum MWM Libro Film über das Update 11.5. MWM Libro ist ein Programm für das Bauwesen, für die Bereiche Aufmaß, Mengenermittlung und Bauabrechnung. Zurzeit sind über 5100 Lizenzen im Einsatz. Wir möchten Ihnen in diesem Film einige neue Funktionen in unserer Anwendung MWM Libro präsentieren. Die Tabellenerfassung haben wir bereits mit MWM Libro 11.2 ausgeliefert. Mit dieser völlig neuen Erfassungsmethode unterstützen wir vor allem die Anwender aus den Branchen Elektro- und Heizung Sanitär. Aber auch für andere Aufgabenstellungen ist diese schnelle Erfassung sinnvoll einzusetzen. Sie können eine neue Tabelle anlegen und bestimmen, welches Kriterium in den Zeilen dargestellt werden soll. Wir wählen hier das Kriterium Bauteil aus und übernehmen aus dem Gebäude Ost die ersten Räume aus der Etage 0 mit einem Doppelklick. Die Funktion Alle hinzufügen übernimmt die ersten 15 Raumbezeichnungen. Natürlich können auch Einzelwerte übernommen werden oder die Reihenfolge der Räume kann auf der rechten Seite der Tabelle verändert werden. Der Kriteriumswert Nicht zugeordnet ist auch erlaubt. Dann rufen wir die Funktion Positionen setzen auf und wählen hier die entsprechenden Positionen aus. Auch hier gibt es die Funktion Alle hinzufügen und die Möglichkeit die Reihenfolge der Positionen zu ändern. Es können sogar Positionen mehrfach vorkommen. Sollte Ihnen der Blattaufbau etwas aufwendig vorkommen, gibt es zu beachten, jedes Blatt kann später als Basis für das Kopieren von Blättern verwendet werden. Die Erfassung der Mengen kann jetzt schnell und einfach erfolgen. Dies kann, wie generell in MWM Libro möglich, mit der Tastatur, der Stifteingabe oder dem Laserentfernungsmesser geschehen. Die Funktion F4 ermöglicht die Eingabe einer Erläuterung und eines Faktors. Das Gleichheitszeichen und die blaue Schrift zeigen eine Maßkette und das kleine E in grüner Schrift zeigt eine Erläuterung an. Dadurch bleibt die Tabelle übersichtlich. Mit den üblichen Kopierfunktionen kann die Tabelle schnell vervollständigt werden. Die Druckfunktion bringt die Tabellenerfassung zu Papier oder in eine PDF-Datei. Die üblichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ausgabe über den Designer-List und Label sorgen dafür, dass der Auftraggeber seine gewohnten Tabellen erhält. Die Funktion Blätter ohne Ansätze ausgeben macht aus der Tabelle ein Papiereingabeformular für den Monteur. Die Tabellenerfassung kann bei Positionen, die zum Beispiel als Monatspauschalen in den verschiedenen Abschlagsrechnungen herangezogen werden, übersichtlich eingesetzt werden. In diesem Beispiel wurde für die Bauzeit von zwölf Monaten alle Pauschalen am Beginn der Baumaßnahme erfasst und werden dann sukzessiv bei den Abschlagsrechnungen berücksichtigt. Wenn die Tabelleneingabe beendet wird, stehen alle Daten in MWM Libro in dem entsprechenden REB-Aufmaßblatt in der üblichen Darstellung zur Verfügung. In der Aufmaßtabelle in MWM Libro werden viele Daten erfasst. Mit der Funktion Zellenvortrag versuchen wir die Eingaben zu vereinfachen, damit noch schneller gearbeitet werden kann. Für Spalten, indem Sie einen Zellenvortrag wünschen, kann diese Option im Zellenkopf mit der rechten Maustaste ausgewählt werden. Dies ist bei allen sinnvollen Spalten möglich. In unserem Beispiel wähle ich den Zellenvortrag für die Erläuterung, die AZ, das Bauteil und die Kolonne. Jetzt wird eine erste Zeile komplett erfasst. Bei jeder neuen Zeile, die eröffnet wird, werden diese entsprechenden Daten übernommen und es braucht nur noch die Zelle Werte gefüllt werden. Die Erfassungsgeschwindigkeit wird wesentlich gesteigert. Wenn mit der Formel 04 gearbeitet wird, kann im Bereich Projekteigenschaftenvortrag eingestellt werden, welcher Einzelwert der Formel 04 übernommen werden soll. In diesem Beispiel ist es der zweite Wert. Es handelt sich um die konstante Raumhöhe. Bei den weiteren Eingaben muss lediglich die Wandlänge eingegeben werden. Die restlichen Daten werden aus der vorherigen Zeile übernommen. Wenn Sie jetzt, wie in diesem Beispiel, die Ordnungszahl wechseln, werden die dort vorhandenen Werte in die nächste Zeile übertragen. Dieses Verhalten können Sie im Bereich Projekteigenschaftenvortrag einstellen und die Option Vortrag aus der letzten Eingabe wählen, dann werden einmal eingegebene Werte auch beim Wechsel der Ordnungszahl übernommen. Wählen Sie einfach die Option aus, die Ihnen am meisten hilft. Um Sie ein wenig in diese neue, mächtige Funktion einzuführen, erläutern wir erst einmal die Funktion Positionsreferenz einfügen. Diese Möglichkeit ist schon seit vielen Jahren in MWM Libro vorhanden. Die Position Tapete entfernen wurde aufgemessen. Das identische Aufmaß wird in der Position Grundierung der Wände benötigt. Sie können diese Aufgabe durch Kopieren oder über die REB-Referenz lösen. Sie können aber auch in der Position Grundierung die Funktion Massenpositionsreferenz einfügen aufrufen. Somit wird die Menge übernommen und es gibt automatisch eine entsprechende Dokumentation dazu. Vorteil ist hier, wenn sich die Basis verändert, verändert sich automatisch auch die Menge in der Zielposition. Eine ähnliche Arbeitsweise, allerdings etwas umfangreicher, wird mit der neuen Funktion Kriterien referenzieren erreicht. In meinem Beispiel soll das Aufmaß im Kriteriumswert Flur 01 in den Flur 02 übernommen werden. Einfach den Kriterienwert Flur 01 in der Baumstruktur auswählen und mit der gedrückten rechten Maustaste auf das gewünschte Ziel Flur 02 ziehen. Jetzt hier Referenzieren auswählen. Es erscheint die Maske Positionsauswahl. Darin sind die Positionen dargestellt, die im Quellwert vorhanden sind. Alle Positionen sind ausgewählt und können mit OK übernommen werden. Sie können aber auch einzelne Positionen für die Referenzierung auswählen. Als Ergebnis werden im Zielwert alle Positionssummen übernommen und die Werte werden mit den Informationen, ich komme aus der Position X und ich komme aus dem Kriteriumswert Y dokumentiert. Vorteil auch hier, wenn sich die Basis verändert, verändert sich automatisch das Ziel. Wenn in der Basis Positionen hinzugefügt werden, kann die Funktion erneut ausgeführt werden. Die Maske Positionsauswahl weist dann auf die Veränderungen hin. Wenn, wie in unserem Beispiel, Raumaufmaße referenziert werden, kann eine komplexe Kette von Räumen erstellt werden und eine einzige Änderung am Referenzraum verändert Dutzende von abhängigen Raumaufmaßen. Wenn Sie Ansätze erfassen und dem Kriterium AZ zugeordnet haben, können Sie mit der rechten Maustaste die Funktion Infovolumen der Position starten. Es erscheint eine übersichtliche Liste der Positionen mit Mengen und Gesamtsumme, die dieser AZ zugeordnet sind. Mit der Schaltfläche alles in die Zwischenablage kopieren, können Sie die Daten nach Excel übertragen. Wichtig ist dabei, in Excel die Daten mittels STRG V einfügen. Wenn Sie die rechte Maustaste und Einfügen wählen, ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Das gilt für alle diese Listen aus so einem Pop-up-Fenster. Zum Schluss dieses Filmes noch eine einfache, aber effektive Erweiterung, die für das interessante Thema Nachträge wichtig ist. Über die Schaltfläche Info-Projektvolumen konnten Sie bisher die Übersicht des Projektes abrufen. Dies ist jetzt um die Darstellung der im Projekt vorhandenen Nachtragspositionen ergänzt worden. Bei der LV-Summe und der erfassten Summe werden die Nachträge gesondert ausgewiesen. Im unteren Bereich der Aufstellung ist auch die Anzahl der Nachtragspositionen aufgeführt.